Malzeit Knochen hier mit ähm na wie war der Name? Kaiser Franz. Kaiser, ähm, Kaiserin Franz. Kaiser Franz. Ja, äh, 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 wir spielen heute Heroes of World War, äh, Hearthstone, Warcraft, ähm, Starcraft 2? 2? Heroes of, äh, ist es Storm? Äh, Storm? Wir fangen an, äh, Anfänger, ich klicke mal rauf jetzt, ne? Anfänger, klicken, ja. Oh, ja, spielen. Jetzt kommen erstmal wohl die Tutorials. Oh, eine mehr. Wie, hörst du schon was? Nein, nein, ich hab, ich lese einfach. Kein Shop mit Gegenständen, es gibt im Spiel weder ein Shop noch Gold. Stattdessen erhält er, äh, aha. So weit bin ich noch nicht, bei mir ist noch die, ähm, Leiste. Nein, bei mir läuft immer alles so irgendwie. Oh, jetzt hab ich ein Filmchen. Oh, ein Filmchen? Ich hab noch gar kein Filmchen. Wieso hab ich noch kein Filmchen? Ich hab ein Filmchen. Liebe getastet Drucken. Oh, auch Filmchen. Willkommen bei der Veteranenprüfung. Euch erwarten einige Bewährungsproben. Lasst uns sehen, ob ihr das... Schnauffi. Im ersten Kampf greift ihr einen mächtigen Gegner an. Um zu siegen, müsst ihr eure Grundfähigkeiten verbessern. Gold sammeln und Gegenstände kaufen braucht ihr nicht. Oh, dafür schaltet ihr auf höheren Stufen neue Talente frei. Talente verstärken die Fähigkeiten eures Helden. Ihr könnt sie immer auf dem Schlachtfeld auswählen. Sogar mitten im Kampf. Er gibt so ein Film World of Warcraft. Öffnen wir die Talente überwacht. Haltet Steuerung gedrückt oder drückt die Endkirchen. Warte mal, der erzählt mir, was Quatsch ich mir zerstört. Haltet Steuerung gedrückt oder End, um Talentfenster zu öffnen und zu schließen. Wähle ein Talent, kann ich auch einfach aufklicken. Talente beeinflussen eure Fähigkeiten auf verschiedenste Weise oder schalten sogar neue frei. Okay, der empfiehlt mir hier was, dann nehme ich das. Ich nehme alles, was er mir empfiehlt. Ich habe keine Empfehlung mehr. Talent wählt, ist es sofort wirksam. Wählt eure restlichen Talente, dann kann es weitergehen. So, muss ich jetzt mehr wählen? Ja, okay. So, muss ich jetzt mehr wählen? So viel Schaden zufügen, wie nur möglich. Klickt auf Start, wenn ihr so weit... So, achso. Töte dieses Monster, sonst ist es unser beider Ende. Äh, wie soll ich das... Achso, jetzt geht's los. So, das Vieh bewegt sich ja gar nicht, mein Dings hier. Rechts darf der Klicken auf den Boden. Was für ein Vieh? Äh, was ist das denn hier? Achso. Links, klick. Ist der... Oh, was passiert? Oh, scheiße. Den hat's hingerafft, ne? Hm. Der war tot. Echt? Jetzt muss ich das normal machen. Weißt du, was komisch ist? Ich heiße schon Kaiser Franz in dem Spiel. Das sind dann komisch. Weil ich dann noch nichts eingestellt habe. Ich heiße Kaiser Franz. Ja. Wo kommt das wohl her? Oh, wir haben ihn geschafft, gerade so. Piu. Du bist ja im Battle.net. Achso. Pff. Was für ein Kampf. In der nächsten Runde schalte ich eure heroischen Fähigkeiten frei. Die werden euch gefallen. Heroische Fähigkeiten glänzen in verschiedenen Situationen. Hier nehmen wir es mit mehreren Helden auf. Ungewöhnlich, weil man den nicht stolper mit WSD. Kann das sein? Ne, kann man nicht. Nur mit der... Nur mit der Maustaste, glaube ich. Ich bin doch so ein Klicker. Ich auch. Der fühl mich voll komisch. Geht's schon los jetzt, oder? Hallo, ich will was machen. Ein Moshpit. Ein Moshpit. Oh, pfuh. Drei, zwei, eins, los. Ich glaub mir nicht, dass ich weiß, wie man das hier... Oh, wir haben verkackt, glaube ich. Ich hab jetzt... Ich hab jetzt... Spielst in die Stadt geschickt. Und jetzt ist Diablo da. Ich bin doch nicht so weit. Ich muss hier den ganzen... Fuck hier. Ich muss schon wieder wiederholen hier. Wieso? Ja, weil der bei mir... Boah, wieso, fragt sie. Ich will den... Meister. Der ist schon wieder tot. Ich schaff den nicht hier, oder? Ich muss... Wie soll ich das wiederholen hier? Wie du es geschnallt hast. Wo ist der Mehrfachschuss hier? Und da legst du das da. Und A. Das hab ich doch gar nicht hier. So, ich fang jetzt an. Drücken. Oh Gott, ich hab auch gemounted. Ich mein, alles was hier. Geil. Oh, jetzt hab ich doch irgendeinen geschafft hier. Haben wir sie's geschafft, oder sind die tot? Ich muss das nochmal machen. Du glaubst es nicht. Weil die steht ja auch noch. Alle Verbündeten müssen überleben, ne? Verbündete? Ich bin gestunnt. Ich weiß nicht, wo du bist. Hast du Anfänger genommen? Ja. Ich muss das so oft wiederholen. Ich werd bescheuert hier. Ich mach mal den Fehler. Okay, jetzt weiß ich, was ich falsch mache. Was denn? Ich muss das schon wieder machen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Obwohl. Doch, ich find's mir vorstür. Drei. Zwei. Eins. Los. Was ist Fee? Ich hab's schon wieder nicht geschafft. Ich schaff das nicht. Ich bin zu blöd für die Scheiße. Ich weiß auch nicht, was bei dir schon wieder ganz anders ist. Was spielst du da? Ja, ich bin jetzt mit Verbündeten und Kämpfer gegen Gegner. Okay. Ich muss, ich soll das schon wieder von vorne machen. Echt? Weißt du, wie oft ich das jetzt so mache? Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Oh, ich bin zu langsam. Wahrscheinlich bin ich zu langsam. Okay, jetzt hab ich eingekillt hier. Äh, 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 äh. Es wird nix. Ah. Tja, müssen wir mal skippen hier. Oh mein Gott, ihr habt endlich geschafft, ey. Oh, noch mehr. Gott, was für eine Kacke. Ja, ich hätte die betäuben sollen. Ich hab immer das Falsche geklickt. Ich hab einfach gekämpft, anstatt den einfach gleich am Anfang zu betäuben, ne? So, dass die den kaputt machen. Mhm. Also, ich, ich hab da kein Betreiben gehabt. Ich hab Durchschlag-Munition geübt und angreifen, Mut machen. Wir scheinen offensichtlich ganz was anderes zu machen. Komisch. Jetzt zeigt er mir irgendwie, wie man die Brunnen und die man aufmountet und so. Aha. Unser Team ist rufenmäßig unterlegen. Echt euch zwischen den Wegen und tötet Helden. Dann könnten wir aufholen. Okay, jetzt hab ich was genommen. Soll ich irgendwann mal eine Warp-Meisterklinge hat, aber das ist ja schon scheiße. Hm. Ich hab mir rausgerollt. Was soll ich jetzt machen hier? Okay, ich fang an. Ich bin sehr gar nicht durch hier. Permanente Tarnung. Transit. Achso, damit wir einfach schneller laufen. Der vollkompliziert, ey. Ich höre die gegnerische Helden. Ich will mal laufen hier. Wie läuft denn das Ding? Wieso? Erstklick auf den Boden. Ja, 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 ja. Oh, Kleiner ist da. Ich kämpfe gerade gegen Graume, ey, ne? Aha. Oh, da können wir nicht ran. Oh, so funktioniert das nicht, ey. Du musst echt mit diesen Scheiß tasten, ne? Oh, fuck. Ah! Ist halt scheiße, wenn man es gewohnt ist, mit RSD zu laufen, ne? Für den Sieg muss der Gegner auf beiden Wegen töten. Unser Team erhält währenddessen volle Erfahrung von Dienern. Serratul muss überleben. Wer ist der denn? Das ist Uta, das ist Reynor. Wo ist denn Serratul? Where the fuck ist überhaupt Serratul? So, gehen wir nach oben, ne? Oh, hier ist ein böser. Oh! Gott, wie der schießt. Man verliert aber voll schnell Leben, ne? Ich hab noch keinen Cent vom Leben verloren. Da gibt's schon einiges an die verloren. Muss mal eben regenerieren hier. Und schon wieder Diablo. Okay, muss vor jetzt. Wer ist er denn hier in der Zebo? Okay, ich hab schon wieder irgendwas umgenietet. Aber ich muss schon wieder auffrüssen. Lauf doch mal hinter dem Ding hier, Junge. Gut, jetzt bin ich tot. Drück die Y-Taste, um aufzusitzen und euch schneller zu bewegen. Ja, ja, Y-Taste. Kenne ich. Ey, der frischt nicht mehr auf, hier. Ist das mit tief in dieser Verkleidung? Keine Ahnung. Ich bin tot. Das ist ja komplett mimetiert hier, Alter. Ich weiß ja auch nicht, wo du bist, da. Hast du das auch mit den zwei Seiten da jetzt? Oben und unten, wo so Türme sind? Türme? Und wenn du schon so fragst, dann hast du, ob ich überwürgen will eigentlich. Zwei, eins, los. Ein Audi, rascher Gall. Daher sind irgendwelche Türme? Wo du immer zurücklaufen musst. Zu so einem scheiß Mana-Brunnen oder so. Nö. Komisch. Das riecht dir komisch. Was? Schon wieder? Jetzt muss ich auch anfangen. Oder? Greife vor, als nur an, wenn die noch im Genehmig sind. Mhm. Wir müssen hier irgendwie diese Türme zerstören. Oh shit, Alter. Ich bin kurz vorhin über hier. Ach, da ist eine Abklingzeit drauf. So eine Scheiße. Ich muss zu einem anderen. Dingens. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. irgendwie auf das Ziel. Ja. Okay. Oh Mann, Alter. Ich muss das schon wieder machen. Wie oft soll man das machen? Das ist ja voll knüppig. Also ich finde dieses Tutorial schon härter als WoW. Eher, ne? Oder? Oder wir sind so die absoluten Vollspacken, die gar nichts für Backen kriegen. Nimmst du auf? Ja. Wir sind Spacken. Ja, wir sind Spacken. Ja. Ja. Jeder muss irgendwie... Oh, hier ist die... Der, der, der... Wie heißt das? Scheiße. Hier erscheinen Figuren aus allen Blizzard-Spielen, glaube ich. Ja, ich habe auch schon den von Sokrat gesehen. Mit Diablo. Illidan. Weg, weg, weg. Schnell, 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 schnell. Oh mein Gott. Fuck you, Alter. Ich habe es geschafft. Schön für dich. Die Einführung habe ich geschafft. Oh, Alter. Dann. Komm mal hin. Jetzt kann ich die Grundlagen. Soll ich auf dich warten? Ich weiß nicht, ob du... Wir müssen mal umspielen, oder? Bitte? Da kriegt man Gold dafür. Wenn man die Grundlagen macht. Den Training. Oh, fuck. Ich habe... Ich habe irgendwie diese E-Teste gedrückt, womit ich hinter so einem Gegner lande und dann so einen Schlag mache und ich war in der Festung, konnte aber nicht mehr raus, weil das Tor ja noch zu... Oh, das nervt. Oh, das nervt. Zwei, eins, los. So die Ehre gebietet. Du schaffst das. Du schaffst das. Stöcker. Nein, das wäre nicht. Möchtest du auch... Aufgeben. Und was stimmt hier nicht so richtig, finde ich. Ich glaube, jetzt mal hier zwischendurch durch. Okay. Okay. Ich kann ungefähr nachvollziehen, was man hier machen muss, aber... Eigentlich müssen wir die nur irgendwie aufhalten, offensichtlich. Die muss ja auch W anklicken, ne? Was? W. Musst du nicht W drücken? Für wat? Um die Söldner zu motivieren? Ne, W ist bei mir was ganz was anderes. Warte, irgendwas ist hier nicht... Es ist schon wieder verkackt. Skippen! Boah, endlich abgeschlossen den Dreck hier. Du musst immer hoch und runter reiten. Du ballerst da so einen von diesen größeren weg. Dann erscheint ein paar Sekunden gar keiner. Und in der Zeit kommt natürlich oben auf der anderen Seite oder unten, je nachdem, auch noch einer. Und das Spiel ist abgestürzt. Juhu! Das ist ja mal ne coole Sache. Boah, ist das echt laut, Alter. So. Also er sagte mir, jetzt wird die Rahmenprüfung abgeschlossen. Davor stand, dass sie nicht abgeschlossen ist. Verlohnung für deinen Sieg, tausend Gold überreichen. Ich denke, man kann, man braucht nicht mehr Gold. Jetzt geht's richtig los. Aber... Äh... Freunde im Nexus, Kaiser Franz Tutorial, 10 Minuten später. Also muss ich jetzt eigentlich warten, oder? Bis ich fertig bin? Nee, wahrscheinlich. Hm. Ich muss mal die Muppe komplett runterdrehen. Ja, ich muss mal die Muppe geben. Geschenk für Warlords of Draenor freigeschaltet? Hä? Irgend so ein Mount oder so? Echt? Das ist ja auch wie so ein... Ja! Keine Ahnung, was ist so ein Wolf, so ein gepanzerter... Oder sieht so eine Horde aus? Neuer Held, Medivh. Was hatte ich denn vorher? Bist du immer noch im Tutorial? Ja Ja, dann warte ich, bis er fertig ist Ne? Mh-hm Mh-hm Mh-hm